Hallo und herzlich willkommen bei Dead by Daylights. Hier ist Hellfire, der Killer in dieser Runde. Wir begrüßen zusammen auch den Enel, Gott Enel. Guten Tag, sehr erfreut. Hallo und den Mr. Nemesis. Herzlich willkommen. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Bravo, bravo. Ein riesigen Applaus für dich. Dankeschön. So, dann seid ihr bereit? Ja. Geil. Also, komm, gehen wir. Bereit? Und jetzt muss ich noch... Mist, die Ausstattung. Denn... Ja, bitte, sprich weiter. Oder was? Ja, nee. Nennen wir den. So. Zehn Stunden später. In der halben Ewigkeit später. Jetzt mit Französisch. Oh. Das war ja eine Anspielung aus Spongebob. Ja, ich weiss. Da den Sprecher. Den Sprecher. Ich weiss es schon. Ich habe die Sendung auch geguckt, als ich noch klein war. Ich habe alle Folgen geschaut. Und da war ich echt klein. Oh. Ja gut, gut. Bei deiner Größe kann ich mir das noch vorstellen. Ja, ich mit meinen zwei Meter Zehn. Leute, echt jetzt? Genau. Das wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe mir den Wind aus dem Zegel genommen. Oh, Enel. Helfer. Hattest du ein Kip-Up zum Mittag? Woher weisst du das? Ich habe noch einen Rest zwischen deinen Zehen gefunden. Oh. Was ist das? Ich kann auch, wenn ihr wollt, ja? Ja, ja. Ist gut. Hier. Okay, das sieht aus. Müsst ihr gar nicht so hier. Sucht euch ein Zimmer hier. Jo. BFs hier, hier. My Little Pony BFs, ja? Jo. Oh, hallo. Mars, hallo? Ach, sag mal zu jemand anderem. Hallo. Ja, ja. Du kannst mich mal erinnern, du kannst mich echt. Ich bin immer noch sauer wegen der letzten Runde. Ich hasse dich. Also bitte. So spielen kann jeder. Da gewinnt auch jeder, der so spielt. Ich habe das Zebra. Zebra, ich hole meinen Truck und fahre dich platt. Dann bist du ein Zebra-Streifen. Jo. Du Penner. Okay, mal sehen, wie wir Hellfire im Westen aus dem Weg gehen. Ja, ich werde es gar nicht versuchen. Ich bin sowieso der Erste, der wieder irgendwo einen Gegner reinrennt. Ja, du musst eben wissen, wie man spielt. Spielt. Ha! Daneben, du Penner. Verpiss dich. Wie war das vorhin? Ich habe gesagt, heute nicht. Ich habe gesagt, lass dich gehen, nämlich es ist Leben Freiheit. Auch nur, weil ich mich versteckt habe. Ja, das auch. Da kann man groß die Schnauze aufmachen. Ja. Ich habe die Schnauze voll frei. Enel, ich möchte dich gerne schlagen. Kann ich das irgendwie? Nö. Du kannst ihn heilen, retten. Doch, nee. Da muss ich ihm auch noch helfen, echt. Enel, lauf mir nicht nach. Geh deinen eigenen Weg, Enel. Geh hier. Verschwinde. Nein, ich habe dich genau gesehen, Enel. Mach, dass du wegkommst. Sonst alles Taco bei euch? Jo, Taco mit Bohnen hier. Gucken, ob Enel immer noch hinter mir ist. Das kann ich gar nicht leiden, wenn irgendjemand an meinem Popo rumrennt. Oh, wen haben wir da? Wen haben wir wo? Ich habe deine Kronjubel gehört. Dong, dong, dong. Dong, dong. So. Ja. Arrr. Wenn es mir nicht lange gezeigt hätte, dass ich jemanden gefunden hätte, hätte ich es wohl gar nicht gemerkt. Hm. Ding, dong. Boopsy, boopsy. Boopsy, boopsy. Meiner steht wieder nicht auf, das gibt's doch nicht. So, jetzt sind beide angeschlagen, sehr schön, sehr schön. Nehmen sie es so zur Kenntnis. Das bringt dir nur leider nichts. Ja, noch ein Schlag mehr und dann seid ihr am Arsch. Och nee. Hey, hey, was sieht man in meiner Aufnahme, ich hab dich erwischt. Ich hab dich erwischt. Kannst mich mal. So, aber hallo, einen Kill will ich hier. Ist mir egal wie... Und warum willst du einen Kill? Weil er sonst nichts Besseres zu tun hat. Nein. Und wer ist der Kill? Wer ist der Kill? Wieder meine Wenigkeit. Ne, ne. Dich lass ich ab. Ne, ne. Ne, ne. Du bist immer noch genau hinter mir. Ne, ne, ne. Alter, echt jetzt? Egal, ja, ja, egal. Alter, echt jetzt? Ich will nicht so gemein sein, ja, ja. Ja, ich muss die härteren nennen hier. Alter, mein Herz, es blutet. Alter, ich fang gleich an zu heulen hier. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, dann hackt es. Ja, 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 ist okay. Das zählt aber nicht, oder? Das ist falsche Fährte hier. Oh, ne. Der Enel macht es mir nicht leicht hier. Boah, jetzt hat gerade irgendwas auf dem Balkon gerappelt. Komm schon, Enel. Ich weiß, dass du da bist. Komm schon, Enel. Er weiß, dass du da bist. Ich habe es gesagt. Oh, ne. Ne, das war wieder Nemesis. Hallo, wieso bist du nicht weg? Ich bin ja weggegangen. Aber du läufst mir nach. Ja, jetzt wieder. Ich habe es gesagt. Noch einmal. Aber du läufst schön immer in meine Richtung. Warum? Warum? Mach ich gar nicht. Warum? Das mache ich gar nicht. Ich versuche von dir wegzulaufen. Ich helfe dir auf. Ich helfe dir auf. Halt die Klappe. Moment, wie macht man das nochmal? Hier. So. So, jetzt gehen wir spazieren hier. Wir suchen jetzt noch ein bisschen den Enel. Ja, er ist ganz in der Nähe. Ja, den Harten siehst du denn? Er ist ganz in der Nähe. Er ist wirklich ganz in der Nähe. Er ist wirklich ganz in der Nähe. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Aräter. Nein, er geht in die falsche Richtung von dem her. Aber gut, dass du abgehauen bist. Oh, nee. Ja, du hättest mich ja nicht gerettet. Ist jetzt nicht wahr. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Zieht, man. Man ist zu lieb. Schnell. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ja, komm, Enel. Komm. Komm. Nicht mich. Nicht einmal wieder mich. Warum immer mich. Und den Enel hole ich mir jetzt auch. Boah, nee. Was seid denn ihr für... Ja, ich hab's gesagt. Ihr seid richtige Kack-Noobs. So kann jeder gewinnen. Wo ist er denn? Okay, komm an den Harten hier. Wo bist du? 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 Weißt du, was Gutes, Nemesis? Jetzt bin ich schon lange bei der anderen Tür und der kann es nicht hinterher schaffen. Weißt du nicht? Ich war schon dort. Ich war schon dort. Juhu. Lauf. So, jetzt siehst du mal, wie das ist. So ein Spiel da. So. Miam, 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 miam. Nemesis, Lerb. Weißt du, Enel? Du hättest mindestens die Tür aufmachen können. Weißt du, Enel? Wirklich. Du hättest die Tür zumindest aufmachen können. Wenigstens, ja. Ach, komm. Ich mach's noch ein bisschen spannender hier. Spannender, leck mich am Arsch. Soll ich die Tür für dich öffnen? Komm, ich mach sie auf. Komm. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf für mich, bitte. Siehst du? Mach die Tür auf. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich schaff's nicht. Sorry. Du kommst jetzt mit. Wir gehen zu der anderen. Nein. Wir gehen zu der anderen. Nein. Lass dich hier nicht ausbluten. Nein. Ja, doch, das lass ich. Ich will ausbluten. Lass mich liegen. Ja, dann blut aus. Wenn du das so willst. Ja. Nein. Pech schwarze Nacht. Pech schwarze Nacht. Ja. Nein. Ja. Nein. Weißt du was? Das spielt ja nur. Ding, ding, ding. Rechts, rechts, rechts. Stopp. Hallo. Enel. Was pisst denn du? Was seid ihr für verkackte Kack-Noobs? Spielt ihr Arsch mich? Ja, du hättest mir schon lange helfen können. Helfen. Links. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Er kommt. Und dann lässt er mich liegen. Du Schaffler. Geh zu der anderen Tür. Die ist auch auf. Nein, die ist nicht offen. Ah, nimm es hier. Hier. Hallo. Er lässt mich liegen. Enel, du bist ein verkackter Drecksack. Ich hab's ja versucht, aber wenn der direkt hinter dir war. Mann. Komm schon hier. Wiggle, wiggle, wiggle. Alle wollen weggehen. Wiggle, schizzle, dissel, missle. Ja, ja, ja. Ja, lauf. Lauf in die Freiheit, kleiner Flieger. Halt die Klappe, du lässt mich absichtlich gehen. Das macht keinen Spaß. Doch, das macht Spaß. Komm. Weisst du, wieso, dass es Spaß macht? Weisst du, wieso? Weisst du wieso? Ja, weil ich gleich weg bin. Weil ich gleich weg bin. Okay, diese Runde hat mich hellfire ein bisschen geschont. Ja, ein bisschen. Das fand ich zwar nicht schön, aber tat mir irgendwo auch ein bisschen gut. Und tut mir leid. Ich dachte wirklich, du musst gar nicht mehr mit mir reden. Das ist schon okay. Ist schon okay. Ich merke mir das. Ja, ja. Ich merke mir das. Warte mal. Wenn ich könnte, würde ich dir einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Also im Spiel, ja. Ich habe dir keinen Knüppel zwischen die Beine gelegt. Ich habe dir sogar noch die Tür aufgemacht. Und die andere Tür war auch. Ja, du hast die Tür aufgemacht und bist dann abgehauen. Du lässt deine Freunde einfach liegen. Kann man das eigentlich mit den Kollegen rauslaufen hier? Also mit den Opfern? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich denke, wenn du genug weit läufst, fällt dann das Opfer von deiner Schulter und flieht. Schon? Automatisch. Denke ich jetzt. Hellfire. Ah. Hellfire. Startet das Spiel, Hellfire. Was? Seid ihr schon dünn? Ach, scheiss. Heute ist was nicht gut. Ich bin noch im Ladebalken. Siehst du, dann liegt es nicht an dir. Die haben, seit dem Update haben sie irgendwas kaputt gemacht. Scheiße. Okay, ich starte neu. Ich muss neu starten hier. Mist. Ich dachte wirklich, du wärst gut versteckt. Er würde dich nicht finden und du kannst dich einfach wegkriegen. So, Curry. Enel, der war direkt hinter dir. Der hat sich umgedreht und hat mich direkt gesehen. Ja. So, okay, ich gehe mal raus. Aber egal, wir sind beide abgehauen. Ja, das habe ich aber nicht dir zu verdanken. Und nur so als Info. Wenn auch nur einer überlebt, dann hat er nicht gewonnen. Ja, dann ist das so. Siehst du, er hat fürs Team gekämpft. Du hast deinen Arsch gerettet. Fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Okay. Fürs Team. Du hast fürs Team gekämpft. Nicht fürs Team. So, ich bin jetzt wieder draußen. Jetzt muss ich wieder rein. Nichts Term, sondern Term. Toll, einen anderen macht's, ne? Genau. Genau. Ja. Nein. Alter. Jetzt hat er mich einfach rausgekickt. Das ist normal. Ja, ja. Jetzt hat er mich... Jetzt war ich doch hier. Welches war es jetzt? Dies hier? Sauberer Alumpen. Sauberer Alumpen. Für 3000. Ein alltäglicher Stoff. Verdächtig sauber. Erhöht leicht die Reparaturgeschwindigkeit der Werkzeugkiste. Stapel. Stapel du mich doch auch mal. Stapel. Das heißt, das kann gestapelt werden. Ja, ich weiss nicht. Danke, Enel. Darauf wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen. Weiß ich, weil... Ja, aber Leute denken sich Stapel, Stapel. Was für ein Stapel? Stapel, Stapel. Weiss der, Enel. Wenn ich mein Computer ausmache, ziehe ich immer erst den Stacker und drücke dann den Knopf. Also. Danke, Enel. So. Ihr seid einschlafen. Ich bin stets hilfbereit. Ich weiss, darum mag ich dich ja auch so. Ja. Lügenpresse, Lügenpresse. Enel, guck dir das Video bei mir auf dem Kanal an, dann siehst du, was ich für ein Gesicht gemacht habe. Ja. So, okay. Ich will es nicht sehen. Nein, 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 nein. Darum mag ich Enel auch so. Ähm. Nein, danke. Zerfetztes Nummernschild. Oh, er hört leicht die Chance zum Autohafen. So, so. Genau. Weiter konnte ich nicht lesen. Ja, das bedeutet, man kommt, also die Chance ist erhöht, auf einem Gebiet genannt Autohafen zu landen. Ja, genau. Fünf Prozent, glaube ich. Nee, zu fahren, landen wäre dann der Flugzeughafen. Flughafen. Wir setzen uns zur Landung ein. Bitte schnallen Sie sich an. Jo, das hast du schön gesagt. Hast du dir schon mal einen Job vorgestellt, so als Stuartessenmann? Nein, als Pilot. Stuart nennt man das. Okay, okay, excuse. Ich bin doch kein Stuart. Als Stuartessenmann. Stuart, das habe ich. Stuart, okay. Danke, Freddy. Und ja, es ist Autohafen. Ja, schön, schön. Ich weiß, darum habe ich das ja auch eingesetzt. Weil die Map, die kenne ich gar nicht. Ah, da war jemand. Ach, nee. Komm, wo sind die Fussspuren? Wo sind die Fussspuren? Ah. Ah, ich sehe dich. Ha! Hallo. Eigentlich dachte ich den Falschen, aber okay. Ja, das war ja so klar. Das war ja wirklich klar. Okay, komm. Okay. Nee, nee, komm. Verfolg mich ruhig. Und hier werde ich schon zeigen, wo der Haken hängt. Nee, 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 nee. Ich habe gerade einen anderen gesehen hier. Der der Generator platzen liess. Ach, nee. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich dem Spiel zu leide getan habe. Ich habe zu viele, ich habe zu viele Striche hier auf dem Bildschirm hier. Was? Alter. Was bist du denn für ein alter Stricher? Ja, ja, alles klar, alles klar. Nee? Alle klar, alle klar. Ich mache immer alle klar. Hau weg, die Scheiße. Nee, aber nicht zu mir, ja? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Seid ihr schon am schwitzen? Nein. Das geht. Nein. Und jetzt? Nein. Nein. Vielleicht? Nein. Weißt du eigentlich, wie man die Glocke benutzt? Ja, ja, weiß ich. Weiß ich. Wieso? Hörst du doch, oder? Weil du sie nur manchmal anschlägst. Ja, ich weiß. Dass ihr Fehler macht bei den Generatoren. Dann wäre der Plan dahinter. Und ja, es funktioniert bis jetzt. Nicht wirklich. Oh. Ding dong. Nein, nein, geh weg. Wo denn? Wo denn? Wo soll ich hin? Keine Ahnung, ich bin nicht bei den Steinen. Nee, bist du nicht. Nee, bist du nicht. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund entwickelt sich das alle gegen einen ähneln? Nee, nee. Das ist gar nicht wahr. Was erzählst du für einen Scheiß? Wenn du mein Video guckst, abdem du das gesagt hast, guck die letzten paar Sekunden nochmal. Oder guck allgemein alle anderen Videos auf meinem Kanal. Dann wirst du sehen, dass ich gar nichts gegen dich drehe. Immer Nemesis. Immer Nemesis. Es bin immer ich. Ich habe Mitleid mit ihm, darum lasse ich ihn auch gehen, oder? Eben. Na gut, jetzt hast du mich gar nicht. Du bist auch der Bessere. Du bist auch der Bessere von den beiden hier. Wiegst du dich schon schön in Sicherheit? Das geht. Jetzt. Mal. Du weißt schon, dass dich das verrät, oder? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Mach doch ab Arsch. Hey. Äh, ja. Nee, Alter, echt jetzt. Gib dein Bestes. Lass mich in Ruhe. Stirb mir nicht. Das sagt der Killer hier. Hellfire spielt mit seiner Glocken. Hä? Was warst du? Hellfire spielt mit seinen Glocken. Ja, ja, mach ich gerne. Immer wieder. Tja, von mir aus. Ich hole euch dann am Eingang. Oder Ausgang. Es gibt ja zwei Ausgänge. Ich bin schnell. Dong. Okay. Inner hat was abgekriegt. Ja. Guter Mann, Hellfire. Guter Mann. Jo. Du hast keinen abgekriegt. Bisher noch nicht. Das kann sich aber ziemlich schnell noch ändern. Jo, inner liegt. Was? Jetzt liegt er schon wieder vor allem im Feld rum? Ja. Wickel mich so. Rauf. Ich muss dich noch hängen hier. Zum Trocknen. Aufhängen hier. So. Komm, Nemesis. Wo bist du? Ah, Generator. Aber du bist auch kein Schund besser. Also mach den Generator, ich sterbe gleich. Jo, er stirbt gleich. Kommst du nicht? Nemesis. Ich hab gedacht, du hast geübt. Alter, nein, echt jetzt? Jetzt bin ich doch beim Haken. Nee, bist du nicht. Doch. Ich hab's gehört, wie's hier geklepft hat. Wie ein Böller. Sieh dir meine Aufnahme an, dann wirst du sehen, dass ich beim Haken bin. Ah, zu spät. Genau. Sehr gut. Teamwork. Ja, wir müssen ihm auch mal so ein Erlebnis geben, das ihm gefällt. Weißt du was? Ich spiel gleich nicht mehr mit euch. Ich hab ja die Wahl mit euch zu spielen. Wieso? Du lebst ja, du lebst ja. Was bist du denn jetzt? Ja, hier, solche, 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 solche hier Krückensprüche brauch ich auch nicht. Wenn du tot bist. Na, was denn? Echt? Was hast du? Na, was hast du? Komm schon. Was ich habe? Ja, was hast du? Das wirst du gleich sehen. Hier, das hab ich. Leck mich am Arsch. So. Dann gehen wir mal an den anderen... Ach, nee. Am anderen nicht. Ach, nee. Ich hab' einen kleinen Triumph. Und... Einen kleinen Triumph. Nemesis, wir haben mehr Punkte als der Killer. Boah, ha, 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 ha. Rechts haben wir gar nicht geguckt. Ich hab' sogar mehr Punkte als Einen. Nein. Was, nein? Nee. Doch. Doch. Ich hab' 4192 und der hat... Du hast nur 3129. Ich hab' 9446. Das seh' ich auch. Das seh' ich auch. Also, schaut bei mir in der Folge nach. Schaut nach. Schaut nach. Guck du bei mir nach. Ja, guck du auch bei mir nach. Schau bei mir nach. Ja. Hellfire hat 3099. Genau. Einen 4192 und ich 9446. Stimmt, genau. Auf die... Zahlenlegasthenie ausgetrickst. Success! So. Bei mir steht wirklich... Ah, jetzt hat es geändert auf 9000. Oh. Sehr schön. Jetzt hat's... Jetzt hat's geändert. Nee, wirklich. Nee, wirklich. Und die Szene verschwindet dann. Spurlos. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Nee, warum? Nee, warum? Sag mal, spinnt ihr? Wieso? Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao, ciao. Auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.